keine Ahnung so wie so wo er jetzt wieder konstant 5 und 30 Fremds in der Aufnahme und 60 Fremds Alter 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 Eppel ruhig dich mal Beruhig dich mal so ist es wirklich in diesem Abteil von diesem Fall spiellich dann man kotzig ich abdehle das Spiel schon seit zwei Stunden und es ist immer nicht fertig obwohl es glaube ich nur ein paar hundert mp hatte und schatz die Qualität doch die jemand doch immer mega breit so findet da fängt da fängt es aber an er darf fängt es aber an das ist super nur noch auf der Dien jetzt lachen die uns bestimmt außer den Bolbe Pitsch das sind aber das war völlig extra das was sie sieht aber schon geiler so muss sagen so das haben sich die wichtigkeiten bekommen und es ist glaube ich gar nicht auf hoch und wir können ja mal schauen ah passt dafür dass ich update ne System ja ist auch gut ich könnte glaube ich sogar auf hochspielen aber da bieten keinen Bock drauf alles ist war das so duckel dann alter 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 was denn da los neun frames alter ich glaube ich muss glaube ich ich meine Aufnahmen Pause machen weil der PC spinnt ein bisschen oh was ich noch sagen wollte ist ich hoffe ihr hört den Fernseher drüben nicht weil ich höre jetzt gerade nicht aber ich habe auch Kopf drauf wir hören sie auch gar nichts ich höre nur mich wie ich selbst gespräche führe natürlich eigentlich sind ja da keine selbstgespräche ich rede ja mit euch ich rede mit euch meine lieben Freunde da draußen in der schönweiten Welt des Internets und naja ich habe ja auch Spaß beim Video oder ich habe Spaß ein paar Selbstgespräche zu führen mache ich auch in echt wenn ich ankaufen gehe rede ich auch mal immer mit sich selber aber es noch wirklich manche Leute gell mit sich selber reden und so wenn ich mich auf sie bei dem Spiel rede ich auch mal mit mir selber auch so gut einfach nur da belade ich gehe ich mich meistens oder das Spiel oder den Gegner man findet immer irgendetwas wo man nicht schuld schieben kann ich glaube der Wind tötet uns okay los meine liebe los finde da fängt wo ist in der Finger da oben oder ja und abhängen nur soll sich das besterben okay noch passt wo ist in die Frau hin also die andere Frau super die war natürlich draußen lässt uns das machen blöde Kuh blöde Kuh ja okay hallo da fängen ja super jetzt teleportiert sie sich nicht ich will mal wie auch sie da wird bestimmt gehänselt oh blöde Koppel das sieht aber cool aus muss man sagen schau mich nicht in die Augen ja schau mich nicht rein ist besser so also was muss man machen ich glaube es ist ein Drachenbild oder so eine Feuerschlange oder was auch immer für die Schlange super jetzt ist natürlich wieder Turbo boost like sauren sauren Apfel mit gestaure Äpfel ich bin ja gar nicht mehr so schlecht muss nur sagen wobei ich süße Äpfel besser finde weil genauso wie salziges Popkorn ist geht zwar auch noch aber ne eben nicht so toll da machen lieber süßen Popkorn weil ich nicht im Kino meistens gar nichts esse weil ich konnte dem hinterher auf dem Film aber trinken tue ich dann immer und dann beschwere ich mich immer wenn ich auf Toilette muss und dann kann ich nicht gehen und dann glaubt mir wenn ich dann immer auf die dann drückt mir die Blase bis zum Hals rüber also sitzt nicht bündelig gemein und so aber ist dann wirklich schon weh muss man immer so sagen aber ich glaube es gibt sogar Tabletten dass man nicht mal auf Toilette muss habe ich mir gelesen oder beim Fernsehen gesehen was man immer wo das war sah auch schon ein bisschen länger her ich weiß glaube es jetzt immer noch so ist oder ob es es immer noch gibt auch jetzt ist man die angreifen das Super das hätten wir sagen müssen es ist eine Sprechblase aber die kann man nicht lesen ist ja nicht im Komiko Köln Lerde okay Osa Röder ist Aua Tudio uns überhaupt weh ich weiß gar nicht wo ist denn da wo ist das Viechchen da oben okay das erfolgt erreichen wir bestimmt nicht mehr und das wieder die Furzblase so tschicki Silvester ist es ja fast eh so dass er nicht mehr auch noch muss einfach ein bisschen schneller sein dann schafft man es schon Chaka also so wenn ich jetzt nicht wirklich der schwerste Mob sind wir jetzt diese wieder unten ne ich habe nicht so 200 so wie eben in einem Schlag gut 200 HPV jeder die alles genau nach unten ja ist ja gut das weiß ich schon selber wir uns verfehle geben ist ja unfassbar so noch mal Blitzschlag in den Arsch gefeuert oh sauren du blödes Sau so aber jetzt 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 alter ja ja sauren ist getötet der Sauer Apfel ist besiegt so noch für die kleine Stücke geschnitten werden sie Kinder zum Fraß vorgeworfen so ab davon ist er gleich mit wer ist es auch der Pädophil ist auch wieder wo kommt der die ganze überhaupt her der ist auf einmal und immer plötzlich da und dann kommen die da uns rum so besiegt den Wächter der Ältesten aber ich glaube es ist mal den Folgen das ist sehr geil also die Ausbildung zum Pandaren dauert gut zwei Stunden nicht drei Jahre oder so zwei Stunden wie sie schon voller Pandare oder voller München aber eigentlich haben Pandare weil müssen wir können wir nicht bisschen mehr Schami Schamhaar steht hinter dem Pfad der Ältesten befindet sich der Stabweil ein heiliger Ort den nur würdiger betreten okay bisschen würdig würde ich mal sagen klar mache ich das zwingt den Wächter der Ältesten damit wir passieren der ist schon tot hallo da lebt nicht mehr der ist tot der ist wirklich tot wir stehen jetzt auf mehr verschwindet einfach ja um hallo aufmachen und so oder das Bonner ja mann nehmen wir wollen wir warten wir warten wir warten so Schocka wo wir erst mal das erste machen sollen fällt mir jetzt das so ein das wäre nämlich praktisch ein bisschen schlauer gewesen nach oben mit dem Stück Schäden Metall oder was auch immer das ist ich habe schon ein bisschen woche Führer muss man sagen aber ich habe keine Lust dass sie über drei gestimmt weil der Ding ist da habe ich wahrscheinlich schon zweimal gesagt der er die Führung aber nicht mehr wenn wir müssen genau wenn wir leben müssen ich kann immer Spoiler wie ein Echter ist einer von beiden ist es ihr könnt euch ausrechnen wer und nein Bongo spielt kein WoW deswegen ist er nicht in der Freundesliste erhalten also irgendeiner von beiden ist der Millennium wir sind sei zu gut und helft mir mit ein paar kleinen ja mach ich vorbereiten mit was denn was Kuhn Pairi Ritualsmann Ritual als Talisman Rituals Talisman nicht Rituals Mann so da ist schon ein schöner Talisman sieht nicht schlecht aus was er noch ziemlich viel auf einem Fleck das habe ich dir in den Fahrten verloren was ich vorhin gesagt habe ja auch in Verlagerung spielt kein WoW-Währung so ne der Marc auch kein WoW-Währung aber schon im letzten Part gesagt oder in den letzten der letzten Aufnahmen irgendwo im Leben ein paar waren ja nur zwei mit dem Abspann ich finde den Abspann üblichen äh übrigens cool ach nee die Viecher sind scheiße kann man nur zu sagen die Viecher regen wirklich auf da musst du wirklich aufpassen also genau du die andere nicht nur du musst aufpassen mein Freunde noch zu schon die Freunde auch und ihr will es gleich erfahren warum wobei jetzt so nicht ah genau so jetzt kommen nämlich noch die Sieg diese blöden Strolche hier und darf uns auch an und die die gehen ja nie alleine das ist wenn wir jetzt die in Polen würden wird man schon die alle drei kommen und wenn du dann alle drei angreifst und jeder Spont ein der Bisse schneller Tod als er zwei drücken kannst er ohne Kack ich mache jetzt mal so jetzt kommen nämlich doch der andere nicht auch nicht dann einfach weiter das ist die Wahrscheinlichkeit auch mit uns anzulegen der A.O.E. wäre jetzt passend muss man sagen und wir haben dies rausgepatcht das ist das einmal so viele kommen ach so wenn mit den Kindern sind alle beide tot oder was ja wir machen es einfach mal bumm so bumm und ah verfehlt natürlich die machen auch komische Geräusche muss man sagen so stirbt die jetzt ja coole Sache da muss man ja gar nicht so viele killen eigentlich ja okay wir müssen schon noch 8 killen aber ach ich wies schon was ich meine ihr wisst schon was ich meine ne 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 hoffe ich jedenfalls so sterb mal bitte oder stellen wir auch die Sterne die Sterne die Sterne die Sterne oder nicht glaubt die Sterne die unserer Dingens gar durch das da oder aber es auch scheiße Klotz hat die Sterben oder wir müssen ja jetzt nicht tausende von Fragen stellen es gibt nur eine Kugel in den Kopf ne oh denn da wird schöne eine reingeballert ey das war ja nicht so schlecht ne so tut und zweig streue ich stirb ja stirb ich lecke dein Blut vom Boden von schön erden Boden von Matschiken scheiß Boden was auch immer eh können auch den Text selber schreiben nicht ach wir können mal mehr und mehr nach mehr als ein bisschen bis sie umfallen so ist immer wieder voll wenn wir es fast und dann können wir darauf hauen aber ich glaube nicht dass sie dann im Fernseher werden werden er gut war die Gesichts auch nicht nicht man merkt nicht bis es ja zwei Fernseher muss man muss jetzt auf dem Angehör des Sagen der eine Fernseher ist mein Zimmer und andere Fernseher ist im Wohnzimmer und der Wohnzimmer läuft gerade wenn man für sie jetzt laufen würde würde es noch erhören weil da ist nicht verdreckt das ist eine Tür die ist genau hinter mir ich muss um ein Zimmer zeigen glaube ich aber jetzt noch nicht erst wenn ich so keine Ahnung wenn es für die Leute interessieren würde wo ich die ganze Zeit aufnehmen wir müssen noch ein Töten also wenn es euch interessiert ich habe auch keine Kamera aus muss man mal so sagen ich hatte mal einen aber die haben mir verschenkt was ich nicht verstehen kann aber naja wenn er muss ich mit entweder mit dem Handy aufnehmen oder in der Webcam und jetzt wird episch ja haut ab von mir ihr miesen ihr miesen kniesen ja und jetzt haben wir nicht das Problem jetzt kommen alle aber wir können uns sehr glücklicherweise heilen das war jetzt auch mal mit der heilenden Woge und jetzt ist es schau euch das an schaut euch das an was es für ein Ranz ist wie viele da kommen ich glaube ich sterben mit Krippin jetzt als Köln an diesen Viechern hilf uns Meister schon ziehen auch die sind schon weg und dann ich freue mich ich freue mich noch zu leben ich freue mich noch zu leben ich schau da ab heute ist der Tag an dem mein Stab seine Heimat in diesem Wald findet unser Volk hat sein gesamtes Leben auf dieser großen Schildkröte hey doch seit Jahrhunderten hat niemand mit ihm gesprochen jetzt ist Shenzhen zu krank und wir sind alle in Gefahr mit der Hilfe der Elemente werdet ihr das Schweigen brechen ihr werdet mit ihm sprechen ok Aizah und Chi haben die Geister hierher gebracht ihr müsst mit ihnen gehen mit dem erhabenen Shenzhen zu sprechen und tun was notwendig ist um unser Volk zu retten alles klar ihr habt es weit gebracht und ich sehe dass ihr für das Heldentum geboren werdet ich überlasse euch das Schicksal dieses Saal dieses Saal dieses wir sind 3 6 9 8 Vielen Dank.